Hallo, hier ist Christoph von tabtech.de und das ist der Benchmarkvergleich zwischen dem neuen Sony Xperia Z1 und dem LG G2. Wir haben auf beiden Geräten den gleichen Benchmarks installiert und auch beide gerade neu gestartet und wie wir sehen können, sind hier bei beiden Geräten keine laufenden Anwendungen im Hintergrund. Dadurch haben wir erstens mal die gleichen Voraussetzungen, zudem haben wir auch ähnliche innere Werte, zum Beispiel den Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Beide haben ein Full HD Display, also eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln und wir sind jetzt gespannt, welches Gerät trotzdem das performanter ist bzw. wo die Software unter anderem besser angepasst wurde. Starten wir am besten mit dem Quadrant Benchmark und schauen wir mal, wer die besseren Resultate liefert. Vielleicht zu den Geräten selbst, beim LG G2 haben wir das etwas größere Display mit 5,2 Zoll im Vergleich dazu das Sony Xperia Z1 mit einem 5 Zoll Display mit der Triluminos Technologie. Und wie ihr hier auch bei den Benchmarks sehen könnt, wirken die Farben des LG G2 etwas besser bzw. man hat es auch in den vergangenen Tagen gesehen, dass hier die Betrachtungswinkel etwas höher sind und besser sind als hier beim Sony Xperia Z1. Und ja, von der Akkulaufzeit, die Geräte haben beide einen 3000 mAh Akku und der ist auch recht gut. Hier war auch das LG G2 wesentlich schneller und schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an. 19.898 zu 17.890 Punkte, das heißt hier das LG G2 etwas schneller als das Sony Xperia Z. Gehen wir zum nächsten Benchmark und zwar nehmen wir den neuen Antutu Benchmark und möchten wir den einfach mal testen. Hier kann man auch wieder auf die Grafik schauen. Wichtig auch beim LG G2, es liegt besser in der Hand im Vergleich zum Sony Xperia Z1. Sie sehen das ja auch schon von der Größe hier, das LG G2 ist trotz des größeren Displays kleiner als das Sony Xperia Z1. Und das merkt man auch, wenn man mit dem Gerät arbeitet. Es liegt einfach besser in der Hand, man kann es einfach schön in der Hand halten und man erreicht auch oben die Notification Bar ohne Probleme, da hier einfach beim Sony Xperia Z unter dem Display ein relativ großer Rand ist. Aber auch neben dem Display, hier ist das LG G2 wirklich sehr dünn, sehr schmal, also hat sie einen sehr schmalen Rahmen. Und das ist wirklich eine hervorragende Leistung, die LG hier gebracht hat, so dünne Rahmen zu verbauen und also trotz des großen Displays ein handliches Gerät zu bauen. Der Nachteil ist allerdings die Verarbeitung, die ist beim LG G2 nicht ganz so gut, denn hier haben wir nur so eine Kunststoffrückseite. Ähnlich wie wir das beim Samsung Galaxy S4 haben. Ansonsten sind beide Geräte wirklich sehr performant und es gibt hier keine Ruckler oder Lags, zum Beispiel im Homescreen. Das heißt, der Homescreen ist bei beiden Geräten sehr flüssig und sehr flott, vor allem im Vergleich zum Samsung Galaxy S4. Hier gibt es wirklich keine Lags oder diese Mikro-Lags, wenn man irgendwo durchscrollt. Das ist wirklich bei beiden sehr schnell und so auch die Gaming-Performance, dazu gibt es dann aber auch ein eigenes Video. Und hier ist das LG wieder ein bisschen schneller, aber warten wir ab, was das Endresultat sagt. Eine Besonderheit vom Sony Xperia Z1 vielleicht noch, es ist IP55 und IP58 zertifiziert. Das heißt, es ist staubfest und auch wasserdicht, bis zu einem Meter für 30 Minuten lang. Im Vergleich dazu hat dafür das LG G2 ein IR, also ein Infrarot-Bord, damit könnt ihr euren Fernsehen und sonstiges steuern. Es gibt auch ein paar mehr Software-Features, die man nicht unbedingt braucht, aber trotzdem ganz nett sind. Und vielleicht auch zu den Lautsprechern, die sind beim Sony Xperia Z1 im Vergleich zum Vorgänger, also zum Sony Xperia Z besser geworden, aber auch nicht 100% so gut, wie man das von anderen Geräten kennt, also HTC One zum Beispiel, aber auch vom LG G2. Da sind sie beiden eigentlich relativ gleich auf. Und wir erreichen hier auch gleich das Ende. Und hier haben wir beim LG G2 34.326 Punkte verglichen zu 32.782 Punkten. Also hier ist das LG G2 wieder vorne. Gehen wir heraus und starten den GL Benchmark, also GFX, wie man auch kennt. Und schauen wir, was hier für eine Werte erreicht werden. Dem stimmen wir natürlich zu. Skip. Und hier machen wir den üblichen Ägypten. Und hier machen wir den üblichen Ägypten. Wir sehen hier auch, das LG G2 ist zwar etwas dicker, aber wie gesagt, durch die rundliche Bauform und das wesentlich kleinere Gehäuse liegt es einfach trotzdem besser in der Hand. Und hier dürfte man auch wieder gut sehen, von den Farben her, das LG G2 ist einfach knackiger. Und der Schwarzwert ist etwas höher und dadurch wirkt das Gesamt ein bisschen besser. Also nicht ganz so blass wie beim Sony Xperia Z1. Vor allem, wenn man einen anderen Betrachtungswinkel hat, also einen höheren Winkel und nicht direkt auf das Display schaut. Schade ist auch, dass beim Sony Xperia Z1 die Vorder- und Hinterseite aus Glas besteht. Ist zwar zum einen hochwertig, allerdings muss man da vorsichtig sein, denn es können schnell Kratzer entstehen, so wie wenn man das einfach in die Hosentasche einsteckt. Aber dafür kann man dann eine Schutzhülle verwenden und es ist natürlich auch schon von Sony aus eine Schutzfolie installiert. Das heißt, es wird nicht direkt das Glas zerstört oder zerkratzt, sondern erstmal die Folie. Aber hier würde ich dann sogar nochmal eine Folie auf die Folie geben. Und hier haben wir wieder bei beiden relativ gute Grafik, wie das hier aussieht. Leider sehen wir hier keine Frames per Second Anzahl, aber es sieht so aus, als wären wir hier beim G2 wieder etwas schneller im Vergleich zum Sony Xperia Z1. Und da sind wir auch auf das Ergebnis gespannt, welches die höheren Werte erreicht. So, jetzt sollte der erste Binge-Mark abgeschlossen sein. Und der nächste läuft. Von den Preisen her, das LG G2 liegt bei 499 Euro momentan mit 16 GB internen Speicher und das Sony Xperia Z1 bei 649 Euro. Allerdings der Vorteil, ich kann den internen Speicher von 16 GB erweitern beim Sony, was ich beim G2 leider nicht kann, was ja auch einer von den großen Nachteilen ist. Zur Kamera vielleicht auch ein bisschen, hier haben wir in den letzten Tagen ein paar Testfotos geschossen und auch immer verglichen mit dem G2. Hier werden die Fotos teilweise vom G2 mit der 13 Megapixel Kamera, aber optischen Bildstabilisator besser, als wie bei der Sony Kamera mit den 20,7 Megapixeln, die auch nicht immer aktiviert sind. Und wenn wir einfach die normalen automatischen Einstellungen verwenden, also diesen Superior Mode beim Sony oder den automatischen Modus beim LG, dann werden die Ergebnisse eigentlich vom LG besser, detailreicher. Und ich denke, hier macht der optische Bildstabilisator wirklich einiges her. Also man braucht nicht unbedingt einen viel größeren Sensor, das macht dann im Vergleich nicht ganz so viel aus, als wenn man wirklich diesen optischen Bildstabilisator nutzt, der was hier im G2 verbaut ist. Darum sind ja auch die Bilder zum Beispiel von der ganzen Nokia Lumia Serie, also von der 920, 925er, auch bei der Dunkelheit besser, als wie bei anderen Geräten, da einfach die Linse länger offen bleiben kann und so mehr Licht auf den Sensor eintrifft. Und das macht sich auch bemerkbar. Es ist auch verhältnismäßig weniger Bildrauschen in der Dunkelheit im Vergleich zum Sony Spirit Z1. Allerdings nicht immer kommt auch darauf an, welche Einstellungen man da nutzt, ob man wirklich manuell die Einstellungen vornimmt oder das Ganze automatisch macht. LG hat aufgegeben, das ist hier rausgegangen, schauen wir gleich mal, quadrangiert, okay, weg. Results. Jetzt schauen wir, was es hier für Ergebnisse gegeben hat. Hier auf jeden Fall beim Sony Spirit Z1 haben wir ein Ergebnis von 6.800 Endpunkten beim HD. Und das ein bisschen mehr wieder beim LG mit 6.119, also weniger. Und hier dann beim weiteren Benchmark haben wir 5.945 Punkte zu 5.434 Punkten. Also hier ist das Sony Spirit Z1 ein bisschen besser. Also im direkten Vergleich von den Benchmark-Ergebnissen her liegt das Sony Spirit Z1 etwas dem LG G2 nach. Aber man kann von beiden sagen, dass sie wirklich High-End-Geräte sind und auf jeden Fall vorne in der Klasse mitspielen. Und man kann sich auch denken, dass hier zum Beispiel ein paar Software-Updates da noch ein bisschen ändern könnten und die Geräte ungefähr gleich auf sind. Interessant wird dann auch noch der Vergleich zum Samsung Galaxy Note 3, der ebenfalls mit einem Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor kommt, allerdings mit 3 GB Arbeitsspeicher. Und da werden wir natürlich auch einen Vergleich machen. Das war's erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und natürlich unseren YouTube-Kanal abonniert. Das war's. Ich bin Christoph von taptech.de. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.